Ich weiß nicht, mit Helder, aber sonst haben wir hier revolutionäre Spiele gemacht, eh? Ja. Das war ja schon nach Schopenhagen. Patienten ausrüstungspaket. 100 Meter. 100 Meter. 100 Meter. Ich habe schon ein Gegner. Oh, nice. Oh ja, hinter uns hier. Ich kann nicht töten. Ja, leider nicht, ne? Ja, leider nicht, ne? Da auch ein bisschen in der Richtung, aber... Okay. Ich komm. Ach so, das ist eigentlich nur die Munitionsanzahl, wenn der Rucksack rot wird. Ja. Das blinkt ja bei dir schon, glaube ich, der bei mir blinkt hat nicht. Ja. Schon gewundert, so müssen wir was kaputt machen. Ich glaube, wir müssen ja was kaputt machen. Oh, Moment. Alle Gebäude zerstören. Nein. Oh, du sagst. Ich bin gar nicht gekommen, Mann. Wow. Paketenwerfer. Ja. 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 Wo bist du da bist du? Ah. Genau auf mich getroffen, ey. Sie sind genau über mich getroffen, ey. Ja. Magazin leer. Ein Stück Mann. War. Ne? Fächer. Na, gehen wir also nach Helmbombe, oder? Ja, müssen wir näher ganz nah rangehen. Ja, müssen wir näher ganz nah rangehen. Irgendwann nicht, ne? Ja. Ne? 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 ok ich sehe ich sehe irgendwie so recht rechts links rechts oben rechts rechts links rechts oben verdammt ich kann die kombination wie er von der kamera aus so ein bisschen sehen aber jetzt muss ich mir nur merken so rechts links rechts oben links rechts links rechts 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 links recht nicht richtig rechts links rechts oben links rechts rechts oben links steht da ich bin am fernrad links rechts ich drücke genau die kombination ich sehe hier von der kamera aus wenn die kamera so komisch ist rechts links rechts oder ist ja noch oder x wo die ex taste ist verdeckt die gerade irgendwie bei mir verdeckt die ex taste glaube ich irgend knoppen so was wenn man team aber weil du machst du schon ein anderes gebäude kaputt gemacht gebäude muss man muss man immer nur ein bestimmtes gebäude kaputt machen wir gehen zu dem sekundär dingen da merken wir uns wollen wir nicht direkt neben das gebäude verzieren da habe ich auch schon mal ich habe da die zünder geworfen und dann war ich in dem gebäude wir nun konnte nicht sehen ich konnte nicht sehen ich konnte nicht kostenkombination du da drücken musst du so ein trick aber ist da ich kann auch deine ich kann auch deine drohne schießen nein warum warum würdest du was machen da ist irgendwas goldens ja genau das habe ich gerade gesagt so das war ja super star wars das war ja das ist eine schlechtere version von deinem maschinengewehr weil du da immer rufst normalerweise in der richtung ist eine fabrik da ist auch eine da haben wir zwei fabriken hier ich komme nicht da sehe ich schon welche ich versuche mal mit meinen mit allen dingen unter der reiche von die haus das abgefallen ja ich bin mir dann nützlich da sie gesehen wie die vorhin direkt auf mich gedroppt sind die art ist die schuldig irgendwie besser zu treffen mit meinen kind hat ihr leute wir sind dran nein ich will ich das geschützt drauf klettern ich möchte ich möchte auch benutzen ja toll sind sie schon doch star wars geschützt das ist ja ja irgendwie schon ja irgendwie schon ich hab grad heute auch genommen ja ok 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 doute tak ok ok na da sind liegt um fahrrad und um anderthalb minuten hat er das geschützt geschützt turm ich glaube ich ich versuche mal meinen ersten geschützt auf der rechten seite ich glaube ich glaube ich mach erst mal kaputt ich habe auf den geschützt um ihr geschossen ich treffe habe ich nicht getroffen ich habe gesehen wieder in einzeln zerflogen ist ich dachte da werde ich zu mir hingedreht genau das habe ich mich auch meine ganzen nein hier sind ich bin angesprochen wo gegner waren irgendwie hat jetzt wieder bleibt eine proben liegen irgendwo nehmen wir stück warum ich mir jetzt da unten gelangen ja meine probe mein gar doch sie sind noch irgendwo da draußen ich habe mich die ganze zeit anvisieren er kann mich doch gar nicht sehen da war so freundlich hat sich vorhin gestorben habe ich versucht die fabrik zu erledigen er hat so was gelbes sein kann man hat irgendwie anschließen genauer gegner die bei mich gleich sehen wahrscheinlich stück das bringt nichts nein das bringt nichts ja ja ich hab's gesehen ja ich hab's gerade ja ich getroffen als ich das gemacht hatte das ding ist aber kaputt gegangen wie das gebäude ich kann nicht kaputt mit dem geschicht hat naja 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 ich war haupt hier ist irgendwo mein geld doch hier noch gerne naja naja wenn du mal 20 minuten kommen taktik ausrüstung in der nähe paket gefunden ist der eingang gefunden lege paket ab war verfolgt dann hier noch naja da haben wir wieder ruhe herrne meine güte etwas häufiger anfangen hier aber was schon kann da habe ich noch mal erst das zweck den ich getroffen hatte da hätte der reich treffen da war dahin kommen gegner ich mache schon mal terminal an haben wir genug dinger wo ist ja noch eins 10 und 21 wir seien es dauert aber welche auf uns da ich wollte darüber werfen oh gott oh bitte nicht abschließen nicht ich habe scharfes zeug in meinen nennen gerade noch lege paket ab so stück da geht der letzte dinge reinpacken mann weil ich dann einer direkt gegenüber ist klar aber man kann man auch dass ein dicker 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 ich brauche mein gott ich habe so viele sachen hier nachschub mein gott nein naja ja ich glaube sogar der fall oder ja ich habe schon wieder einen neuen gesporten da muss man so langsam zum haupt sie ja so irgendwie benutzt man maschinengewerke an der mail ich glaube ich ein gutes zeichen dafür dass ich meine neue waffe brauche wo ist das denn hier kuppel ein riesiger walnuss wohnsonde hat er nicht direkt wo ich stehe ja ich wusste ja kommen welche ich habe ein geschützt schon bereit leuten sich was goldenes wo seid ihr wo seid ihr wir wollen schon wieder direkt auf mich trocken geschützt bringt jetzt nicht so da so leicht hier droppen jetzt noch mal gold ist das neu sammeln wenn wir hier sind ich weiß auch weil du dich dahin bewegst du dich dein geschützt das warte schon gibt mir einen grunde blöder über kürz so in die richtung ja ja ich weiß nicht bitte ich bin noch einmal abgeschossen mir jetzt ausgezeichnet ich weiß nicht von was du willst ich kann die blutung ist exklusives fass und einmal schönes über kreis ist schon 30 über kreis hier gefunden in dieser mission natürlich nicht nehmen wenn hat irgendwie vorgottes zwinker zwinker schläger seit gleichem meteorit ein bevor hat den einstieg auch rot wir wollen von der rakete getroffen laufe ich so schnell geklärt aber aber also bei mir was er nicht mehr aufnehmen ja wir sind gegner wir sind da schon auf dem weg so bohre bohre ich tief ins herz der freiheit wir so artillerie benutzen wir haben so viel von denen aber auch noch hier sind safe so da kommen sie natürlich wieder die müssen natürlich wieder direkt hier sein sind nein danke zwei gut platzierte granaten die waren schon weg vorwärter an das nächste band hier statik feld ja da kommt der nächste unsere drohnen ballern die schnappen ich gehe ans terminal so hat wo seiten hier sie sind tot warum schon ein netzel sie sind so weit weg und sich hinter den wänden darf es vorn als und wer und dann blöden kopf nicht bekommen es ist eine schraube beim sterben wir müssen weit weg da können wir auch noch machen nein nein da sind gegen das gott dann versuche ich jetzt mal da steht einer hinterm geschützt hallo ist du stück das war ein statik fällt aber hat anscheinend gereicht war ein statik fällt das hat irgendwie funktioniert hat ich wusste nicht was ich da geworfen ja und er sagt uns sagt uns nicht ja was das ist ich hab's gefunden natürlich ist die harmonie und so spritzen aus der spitze da habe ich ja umsonst in nachschub platzierte nicht mehr so viel zeit so viel zeit muss sein schon wieder über kräfte wir haben 40 überquels bisher gefunden ist das schon wieder eine fabrik das ist ein fragezeichen hier war das anforderungsscheine noch mehr über 50 überquels haben wir schon auf der linken seite das war der erste fabrik das ist aber irgendjemand seins am geschütz irgendwo das haben wir aber am bot abruf da gemachten berein die wir uns ja alle verfolgen wir benötigen eigentlich soviel da kommt neuer stücke mein geschütz wird euch empfangen sie verstecken sich im wald ich schnapp sie mir wie wenig weiter geworfen war die verheilten diesen wuppen bestätigen ja lade ich bei mir auf mein kartok sie hat dann gar nicht kabel aus diesem kann aus diesem war was in den wald raus mein gott aber ich hatte dich mit meinen schocken das funktioniert immer mein gott dass die leiche von den ist direkt zu uns hingepflogen gott gott ich habe viele belohnungen bekommen dafür wo ja aber nicht alles erreicht dass man erreichen konnte ja ist klar ja 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 blöde flasche eine blöde flasche in die luft irgendwie weil mich wenn die manchmal so ploppen sind so am knacken die flaschen ohne grund persönlicher befehl abgeschlossen auch da noch 810 über krebs wenn ich hier noch eine menge medaillen ausgeben 35 ich muss noch 69 nice ich muss noch 69 und nehmen wir denn da noch die rüstung aber ich sie nicht benutzen werde ist vielleicht irgendwann so jetzt brauche ich nur achten das war ich noch 34 mit ein ohne schrotflinte die sonst blind erzähl hut ja 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 ich glaube die nächste schrotflinte will ich weil die leichte panzer durch mittlere panzer durchdringung hat das klingt doch nicht schlecht na klar ich weiß nicht nein danke was haben wir denn noch eher schnee hatten wir noch nicht nehmen wir mal schnee der planet muss von der sklaverei der roboter befreit werden hat gut gemacht herr driver diese operation wird die rettung des planeten einläuten das system man wollte schon feuer haben am wald und eis schon abgeschlossen wir haben schon mal von gehört den namen geht es darum gottseller nein nein keine schluss im monster ja es wieder so ein mix wie ein bisschen wie ein branch man aus absolut cooler action und comedy gehen wir an so hin und an so hin und wollte ja bei tier im feindgebiet ist ich glaube ich habe mal ein aber die maschinengewehr gott docker ich guck doch keine anime mehr so aus mein einzigen anime kenntnisse die ich bekomme ich komme eigentlich nur noch von youtube durch clips und dann war nicht alles also richtig hinsetzen mit der folge anschauen und so tue ich gar nicht mal schon aber nicht in der törsten beschreibung da ist was goldenes ja da haben wir es dort meinen sachen ist immer so ableuchten probe noch eine probe ich sehe gar nicht so am leuchten ich habe eine drohne dreht wieder durch 300 meter da ist eine menge rot auf dem weg dahin dahin sind sie ja die haben uns irgendwie schon gesehen obwohl wir hinter dem felsen sind hallo kommt ihr ja wir haben jetzt ja ich dachte wir machen jetzt hier sonst der aufwärts macht wo habe ich das halloween hat zum kaputt machen ich sehe nichts flammenwerfer geschützt zu haben also so ein typ hinterm geschützt ich schlage mich daran leichte roboter von bekannten müssen ich kann nicht hochklettern da hoch lassen mich da hoch ich will da ganz unbedingt ich kann auch jawohl okay ich mach mal was das hier wenn ich das jetzt nicht treffen war ja auch nicht ja da sind die gegner können wir davon hat geschützt leute wieso kriegt denn nicht mit meinen das so merkwürdig ich kriegte diese typen mit diesen dieser panzung ich kriegte gar nicht mit meinen schotgewehr erwischt da habe ich meine historisch habe ich dir weil ich mich ich muss immer diesen kleinen kopf treffen naja ja sobald ich dann einmal treffe ist gut ich treffe irgendwie nicht mit mein schul gewählt also weil ich mir meine pistole irgendwie so in der gegend rum baller er sagt auch da geschossen ja 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 sein ist ein gebäude wieder ich habe dann auch wieder 2 ich auch ganz ein bisschen was hat ein find hat ist ein kran dann sind dafür dinge gerade am bauen sind noch jemand hier abwartet da geht gar nicht kaputt hat gebäude stücke wo sie müssen wir auch lang ist ja noch ein ziel machen müssen wir sind auf dem weg oder in der gegner ich tue mich in der schweite verstecken ja da auf der linken seite ist er überhaupt gut war sehr gut ich will auf den zu rennen mit granaten auf dem werfen dabei hat man schon so aufgespielt haben finde ich irgendwie finden immer wieder neue sachen ich bin am termin da können die leute gar nicht mehr nix am ein kassieren ich werde ganz so geräusch ja ich aber immer noch also in der luft jagen was hat gesehen gleich jetzt von auge geflogen ja bei mir ist eine in die luft geflogen stück ja Nein, der ist immer noch nie. ich habe keine mehr ich weiß auch immer ist ich ja zehn luft nein er ist an dem ding vorbei und den zaun nicht gesehen ich glaube du musst es mal kurz hier das möchte ich mal ablösen das möchte ich mal ablösen werden das sind keine munition in meiner ich kann diesen typen dann nicht erledigen mit dem schild ich frage mal kurz nachschub ich glaube hinter dir ich vielleicht mal noch mehr machen hier da roboter landung schiffe noch eins besteht recht er hat mich doch erreicht ist klar muss mein nachschub ich habe ihn gerade irgendwo platziert ich habe ihn ja draußen platziert ich habe keine spritzen ich habe keine ganaten außer freiheit ja auch ich kann gar nicht nach weil ich keine muni für meine pistole so mein orbitals schlag jetzt fällig ich hatte die gerade werfen der schießt er mich wieder mit einer rakete ins gesicht dann lasse ich das ding fallen so hat er das haben wir mal kaputt machen jetzt habe ich die probe und höllenbomben bau ja sehe ich gerade ein bisschen weiter ein pferd wenn man vielleicht am anfang machen soll er waren zu viele gegnern wenn ich da terminale nicht sehen aber ja auch nicht ich übernehme das terminal und weg wie sich gehört kommt kommt irgendwann der flümpfe teil nur weg ist weiß ich habe gespielt aber ja viele denken immer das beste zu wegen der weil die wegen dieser wilden westen atmosphäre nehme ich mal ich fand voller drei besser eine story von der also ich weiß nicht wie durch das geschützt war dass wir davon nicht zu triggern nein nein du sagst das ist ein bisschen witzig sein glaube ich ja 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 das war okay hier sind eine menge sachen die auf mich schießen so sind wir auf dem weg ja wir wissen da alles am gesagt getan also schon evakuierung dahinter ist irgendwo dort da wo der satellit ein fest ich kriege ich habe ich damit manchmal die fabrik ja ja in der links ist auch noch was glaube ich naja man sind zwei okay ich nehme die linke die rechte geschätzt kann ich mal ein ding erwerfen danke aber das geht mal weg ich weiß nicht ob ich habe ich glaube ich habe auch nicht getroffen ich glaube ich habe auch nicht getroffen ja ja ich habe mich nicht getroffen große überraschung hier sind meine schütze ich bin manchmal nicht dauernd die granaten nausik so haben wir die tür da war reinwerfen kannst dann schießt die aber ja das ding überhaupt da ich hatte auch eine schlange aber es nicht passiert so eine fabrik hier sind wir alle da ich gebe dir rückendeckung hier 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 da hier ich komme ja ich habe gar nicht genug spitzen ich krieg euch ich gehe noch 20 minuten mann nein muss hat hier ich sehe schon ich bin damit hier ich bin damit hier ich möchte es drehen da hinten in der ferne sehe ich glaube ich nur in der fabrik aber schaffen die schornsteine da sind da muss nichts ausgerichtet werden noch das war schon ausgerichtet dann gehen wir mal den schorstein ich sehe da noch gebäude deswegen aber kann auch gehen meinetwegen keine gute idee aber kann auch gehen wenn er jetzt sind gegner wir haben schon voll abgesichert abgeräumt hier im elf proben vielleicht mal noch nie glaube ich da ist zum beispiel auch noch gebäude das haben wir schon erledigt oder da waren wir doch gerade wörtlich wir haben ein flair ich ruf mal unser taxi ich werde mich die ganze zeit ich habe kein geld bekommen nein wie viele gehen da kommen denn da aber nein kommt er oder du der raketenwerfer 30 sekunden gott nein und das ist ein hochverkern ja das schatten landet schattelte ja wieder nebengesprochen haben den kopf angestoßen vollpunktzahl kommt natürlich noch eine sache verpasst gibt es noch nicht aber drei sterne die sterne zwei leute warum macht so spaz und 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 und